Es geht nicht um die Krise, es geht nicht um die Krise, es geht um die Krise, das ist die Killing-Bite. Hefte. Und da waren immer so Brillen drin, so für versteckte Nachrichten. Gab es auch ein Mickey Mouse Heft, ja. Und wenn man das durch so ein Magic Eye Solver durchlaufen lässt, sehen wir hier, ich weiß nicht, ob ihr das so genau sehen könnt. Ich hoffe es, dass wir, das kann man sogar noch verschieben. Cool. Dass man hier halt die Sales Spiele sehen kann. Moment. Nicht so ganz. Ah, doch, da, da. Ich hoffe, man kann es jetzt so sehen. Wir sehen die Arena der Sales Spiele, das heißt ich hatte recht, endlich nach dreimaligen, jetzt kommt Cell, kommt auch wirklich Cell offenbar. Es könnte aber immer noch ein Inter-Transmission Goku werden, also das war ja die Arena, wo die beiden gekämpft haben. Ein Gohan kann ich mir echt nicht vorstellen. Also wenn ein Gohan, dann als Extreme. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also noch ein Sparkling Gohan muss jetzt nicht unbedingt sein. Zu meiner Prediction, was der nächste Charakter definitiv für eine Farbe haben wird. Also ich denke mal, es wird eine LF und eine Sparkling sein und entweder Inter-Transmission Goku als LF oder Cell. Ich denke mal nicht beides. Und ich würde sagen, Cell ist wahrscheinlich Lila. Also würde an sich Sinn machen, weil normalerweise, wenn der nicht gegen einen Charakter gewonnen hat, ist der meistens eher neutral von der Farbe. Da der Gohan Rot ist, würde Lila in dem Fall Sinn machen. Hätte aber noch drei andere Vorteile. Zum ersten Powerful Opponent hat keinen krassen Lilanen, finde ich. Also weder Obertoffel Piccolo noch Rose sind jetzt irgendwie übertrieben, finde ich, von dem Power Output. Es sei denn, du hast Obertoffel Piccolo irgendwie auf zwölf Sterne oder so. Dann ist der krass. Aber ansonsten finde ich den jetzt nicht überragend. Überragend. Genau das gleiche Problem hat Regen. Auch da ist nur Obertoffel Piccolo. C21 ist so mäh. Und Android hat eigentlich gar keinen wirklich guten Lilanen, weil die haben auch nur C21 zur Verfügung. Deswegen denke ich mal, dass die Tags theoretisch Powerful Opponent Android sein werden. Warum nicht Regen? Weil sowieso fast jeder Regen-Charakter Powerful Opponent ist. Abgesehen von Piccolo. Dementsprechend könnte es sein, dass der das nicht mit supportet. Ansonsten können die auch einfach Regen machen. Es könnte natürlich auch sein, dass Powerful Opponent eigentlich auch alles bei Android abdeckt. Müsste theoretisch. Wir haben als grün Super 17, gelbe C18, C21 blau. Rot wäre theoretisch Cell, würde also auch gehen. Weil ein Tag wird definitiv Cell-Sager sein, das dann halt Cell-Sager einen Support kriegt. Es könnte natürlich auch sein, dass es irgendwie sowas sein wird, wenn Powerful Opponent und gleichzeitig Regen ist, gibt es nochmal XY extra Buff. Könnte auch noch sein. Bei dem Goku schätze ich auch mal, dass es Powerful, äh, Powerful Opponent, Cell-Sager sein wird, aber auch Son-Familie und Saiyan eventuell, vielleicht auch Super Saiyan. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eventuell, also eventuell ist er grün, oder blau, würde ich jetzt mal sagen, weil bevor jetzt wieder alle sagen, es gibt aber doch den Angry Goku und es gibt doch Super Saiyan 3, richtig, die sind auch Son-Familie, aber die supporten kein Son-Familie und das ist die große Schwäche daran. Wir haben eigentlich kein komplett zusammen funktionierendes Son-Familie-Team, weil jeder der Charaktere, die dafür geeignet werden, in dem jeweiligen Hybrid oder Saiyan-Team einfach besser sind, weil, ähm, was haben wir für Son-Familie? Wir haben den Roten Gohan, klar, der supportet auch Son-Familie, wir haben den, äh, lila Son-Goten, dann war's das aber eigentlich auch schon, weil, ja, wir haben keinen geilen gelben, da müsste man, wenn, den Goten nehmen, der zwar gute Support-Effekte hat, aber, halt, gar nichts tanken kann, kann es sein, man hat ihn vielleicht auch 14 Sterne, die Ausrüstungsmöglichkeiten sind auch nicht so geil bei ihm, dann, äh, als blauen hätten wir den Revive Goku, wenn man den auf 12 bis 14 Sterne hat, mag der noch gut sein, sonst muss er Senkai gebufft werden, verbraucht wieder einen Slot im Team, dann haben wir auch aktuell noch gar keine HP-Option für rein Son-Familie, es ist entweder Goku, Saiyan oder Hybrid, aber keiner, der speziell Son-Familie bufft, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, was fehlt noch? Ja, Lila könnte man Super Saiyan 4 nehmen, der bufft Son-Familie, aber auch nur mit einem Wert, finde ich, funktioniert aber an sich auch wieder besser, eher im GT-Team, einfach wegen, oder im Saiyan-Team, einfach wegen den Heilungsoptionen, deswegen, ich denke mal, dass der Son-Familie unwahrscheinlich Saiyan und dann, ähm, halt Selsaga supporten wird, oder halt Son-Familie und Selsaga, je nachdem, wie die es machen wollen, es wäre vielleicht auch möglich, dass da irgendwie noch so ein Duo-Charakter kommt, oder vielleicht sind es auch nur zwei Charaktere, will ich nicht ausschließen, war ja die letzten Male auch so, es könnte aber auch sein, wenn das ein, äh, Extreme-Charakter noch kommt, entweder für Cell, vielleicht zweite Form, oder für Son-Familie, oder vielleicht sogar für Superkämpfer, weil Tenshinhan und Co. waren ja auch dabei, würde mich nicht wundern, Selsaga war auch, glaube ich, schon zweite Form, es könnte also auch sein, dass Tenshinhan, äh, reinkommt, der halt die zweite Form bekämpft hat, mit seiner Kiku-Kanone, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, und ich finde es an sich schon sehr gut, dass die jetzt mehr Sagas supporten, weil, das habe ich ja schon vor ein Jahr oder zwei gesagt, warum geben die nicht mehr auf Sagas, dann könnte man ganz andere Charaktere kombinieren, wie zum Beispiel Cell und Goku, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, genauso wie Future, ist eigentlich kein Tag, Future ist eigentlich eine Saga, dann würde es halt auch Sinn machen, dass zum Beispiel ein, ähm, Vegeta Blue, halt Future ist, obwohl er ja nicht aus der Zukunft kommt, weil nach der Logik müsste eigentlich, wenn man sagt, okay, Vegeta und Vegetto sind Future, weil sie in die Zukunft gereist sind, dürfte Trunks gar nicht den Future Tag haben, weil er ja in die Vergangenheit gereist ist, also müsste er den Tag Vergangenheit haben, ihr wisst, ihr versteht die Logik, die ich dahinter sehe, Future Saga, ja, Future Tag, aber nein, und das ist der Punkt, der mich daran stört, deswegen hätte man das eigentlich so viel flexibler gestalten können, und es würde mehr Sinn ergeben, ich hoffe nach wie vor, dass sie endlich mal in ihre Birne reinkriegen, dass auch viele alte Charaktere, die einen Senkai kriegen, weil ich rechne auch mal damit, dass vielleicht noch ein C21 einen Senkai bekommt, oder der Inter-Transmission Goku, dass die dringend halt ein Upgrade, auch bei ihrer normalen Setfähigkeit brauchen, dass sie halt andere Tags supporten, zum Beispiel bei dem Inter-Transmission Goku, dass er als Son-Familie supportet, oder Selsage wäre eine Option, weil früher konntest du, da die Senkais so stark sind, einfach mal so Standalone, einen Gohan in irgendein random Team reinballern, und der hat trotzdem übertrieben Schaden gemacht, weil er einfach ein guter Senkai ist, mittlerweile sind die eher gebalanced, manchmal sogar ziemlich schlecht, dass ich finde, die normalen Setfähigkeiten definitiv auch jetzt diese Sagas oder andere Tags supporten müssen, also dass die nochmal verbessert werden müssen, damit die Sinn machen. Haben sie früher bei den normalen Charakteren auch gemacht, als sie noch normale Verbesserungen bekommen haben, warum dann jetzt nicht auch die Senkais, das verstehe ich allerdings nicht. Meiner Meinung nach wäre es sowieso besser, wenn man halt die Senkai-Fähigkeit darauf machen würde, wie bei Legends Road, dass sie zum Beispiel Powerful Opponent gleichzeitig Regen, Zukunft und gleichzeitig Powerful Opponent und so weiter, so mehrere Kombinationen halt buffen würden, und dann mit 25% auf alle Werte oder so, aber halt müssen zwei Tags kombiniert sein. Ich weiß nicht, warum sie es so machen, Fakt ist, wir kriegen irgendwas aus der Cell-Saga, vermutlich Cell oder Inter-Transmission Goku wird der LF sein, weil vergesst nicht, Inter-Transmission Goku hat theoretisch auch eine LF gehabt, und wer jetzt kommt, ja, aber der hat den damit nicht besiegt, ja, die meisten LF haben mit ihrem LF eigentlich niemanden besiegt, ich sag nur, Future Gohan, so, dementsprechend denke ich mal, dass was in diese Richtung kommen könnte. Was meint ihr? Schreibt's gerne in die Kommentare, ich sag erstmal, bis dann, und ciao. Also dann, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns später. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren, in dir brennt ein Feuer, die Power der Dragon Ball. ins